Halleschön Leute und Willkommen zu Let's Play, there is the Trial Princess HD in this card. Haben wir den Tempel begonnen und Tim bewegt meine Maus, ich hör auf. Oh lol! Noll! Ich hab's dir jetzt denied, ich hab's dir jetzt denied, ja? Dann kann ich ja meine Maus bewegen, wie ich will. Ja, wir haben jetzt eine neue Methode, weil Skype hat ja im letzten Part nicht ganz so gut funktioniert. Und deswegen haben wir jetzt per TeamViewer das mal gemacht und das funktioniert hoffentlich besser. Ja, hoffentlich mal. Das ist jetzt auch einfach keine Fehler. Nein! Oh, das war klar. Oh! Pisser! Verschrafft! Du wolltest nur an die Truhe, ja? Das juckt die nicht. Ich hab's gemerkt. Sie dich doch einfach dran, Juf. Ne, nicht an das wie an die Truhe. Geht doch gar nicht, ich kann schon hier nur an bestimmte Sachen haken. Das ist kein Nocreen of Time oder Matthäus Mars. Oh. Wie gesagt, ich kenn das Spiel nicht mehr so gut. Ok, yo. Tung, 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 tung. Oh, Geld. Hat sich ja voll gelohnt. Das ist doch super. Stell dir vor, deine Börse wär voll gewesen. Dann hätte es so richtig Spaß gehabt. Ja, in der Wii-Version nur. Ne? In der alten Version. Hier ist es ja nicht. Ja, ja. Das finde ich ganz gut, dass es hier nicht mehr ist. Ja. Ich auch. Ähm, ich bräuchte so ne Tante. Wieso ne? Oh, du blöde. Du blöde Bitch. Zieh sie dir hoch. Du blöde. Du blöde. Du blöde. Das muss ja doch voll weh tun eigentlich, so. Um Gryffel zu werden. Um Gryffel zu werden, alter ich kann mich nicht gut reden. Ist ihre eigene Schuld. Sie muss Link dienen. Sie wurde, sie wurde gelinkt. Ach. Genau. Oh, ich hab die Krügel kaputt gemacht. Scheiße. Und hoch mit uns. Ja, Wind! Was? Nein! Danke Wind, das hast du super hinbekommen. Da jetzt! Yeah! Das rindert so ein bisschen an den fünften Dungeon aus Wind Waker, sei der leise Hund. Wo man auch mit dem Makorus da rumfliegen musste. Ja stimmt! War auch super. Ja, war gut. Zip, zip, zip. Okay. Das erinnert heftig daran, auch dieser Raum. Ich muss grad nur sicher, ob ich gehen, ob ich wirklich aufnehme. Ich war grad so ein bisschen Parasnoid. Wo muss ich hin? Ein bisschen Parasnoid. Muss ich runter? Sieht so aus. Nein, 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 nein. Don't touch me. Da ist was. Da vielleicht irgendwie so... Spring mal da rüber. Alles klar. Ah, das ist jetzt wirklich wieder viel hessischer. Oh. Da mag ich es jetzt so. Hi! Okay, nein. Will ich nicht. Ja, sieh mit Dekunister. Ja, sehr nützlich. Vor allem, wenn man den Bogen schon hat. Ja. Ich überleg grad, wo ich hin muss. Ähm. Da oben ist ein Schalter. Ah. Sagst du, ich muss nach oben wieder erstmal. Komm ich von hier aus? Ja, probier mal. Probier mal da hoch zu gehen zu diesem Ding. Ich muss grad gucken, ob ich überhaupt noch rumkomme. Mit dem Wind. Ach ne, da ist nur Wind. Da ist noch ein Ding. Aber hier ist noch sowas zum Haken. Äh. Alles klar. Dann musst du vielleicht wirklich einfach nach unten erstmal? Ne Ahnung. Nein, 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 nein. So. Nein, du bleibst hier, Bitch. Bitch? Bitch. Soll ich jetzt den Schalter da aktivieren? I guess. Den Panty. Sag. Bleibt der denn noch auf? Ähm. Okay. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Oh oh. Okay. Ich glaub ich da rüber gemusst. Ja, Link. Schrei ein wenig für mich. Schrei ein wenig. Läuft das denn jetzt besser als die Scale-Übertragung? Ja, ne? Ja. Ach ja, ja. Also es läuft. Sehr gut. Sehr gut. Fuck die Scale-Übertragung. So nimm den Schalter damit. Eigentlich müsste Link durch diese Dinger passen. Ja, müsste er. Ja. Ja. Wir warten fast bis der Wind weg ist und dann fliegen wir runter. Ja. Oder hier schon mal in die Richtung. Oh voll. Damn physics. Jo, alles klar. Einfach fast geköpft. Damn physics. Ja, damn physics. Ähm. Komm da hin. Nein. Hahaha. Aber es war fast. So n richtiger Yoshi-Kill-Move eigentlich. Nein. Hui. Ähm. Ja. Gehen wir jetzt hier rein. So. Oh. Schon Zwischenboss time? Sieht so aus. Immer wenn es in den Schwarzen geht. Ja. Dann ist es irgendwie schon ein Zwischenboss. Na? Ist doch gut. Okay. Es ist Zwischenboss. Shit. Okay. Wir sind nicht fett genug. We need the Stiefel. Fuck. So. Who did it? Okay. Wo ist mein Zwischenboss? Oh, da fliegt es. Oh, da fliegt es nochmal. Mein Dün. Durch seine Ära halt und faust. Und du bist fest. Hör auf zu schreien. Ich kann auch schreien. Waaah. Waaah. Genau. Nur wenn Link stirbt oder so. Komm. Oder muss ich grad erstmal mit meinem Boden triggern. Gotcha, bitch. Triggert. Oh, au. Alter, gib mir die Bombos. Bam. Bin seit Scheißgesicht. Oh, ui. Oh, ui. Oh, Alter. Du hast nur noch 5 Herzen. Jetzt aufpassen. Ja. Oh, guck mal. Er lebt noch. Wow. Ciao, mate. Hi. Hi, mate. Wo ist er hin? Mate. Da ist er. Hey. Was hast du davor, hä? Mate. Ah, was. Und. Bam. Okay, komm. Ich kann das nochmal machen. Ja, dann flieg halt weg. Ist okay. Ich weiß es, es stinkt dir. Yo. Ich hab dich doch geduscht, Mann. Zack. Waaats. Okay, er ist weg. eugun Payden lorich. Rip. Hm üffff. Erstmal Victory, Funfair. Ja, das ist echt so. Erstmal musst du ja Diriririrыл machen. In der Wirklichkeit ist das Final Fantasy 17. Wir spielen gerade quasi die Beta-Version und in der vollen Version ist die Grafik noch mal geupdatet und man hat auch Party-Members. Lol, das wird sick. Was? Noch nie gefragt! Du hast drei Fragen kombiniert mit dem, den du schon hast, kannst du ihn als Doppelhaken verwenden. Der ist schickoool! Ich liebe den Doppelhaken. Ich auch. Oh mein Gott, das ist super. Jetzt können wir uns irgendwo dran ziehen und können uns dann einfach noch mal irgendwo dran ziehen. Genau. Ich find's auch einfach so cool, wie das sieht einfach aus, als hätte er jetzt so zwei krasse Handschuhe an. Ja. Okay, wo muss ich hin? Hol' den Seichemschirm. Das wär so ein Lego-Männchen. Genau! Oh, ich sollte gar nicht hier runter. Okay. Hol' ihn dann? Da oben war da nicht noch ein so'n rotes Teil? Ja. Ah, ich muss wieder ans Grüne haken. Jetzt können wir einfach so was machen, Leute. Ist das nicht cool? Ja, das ist voll stylisch, Mann. Zack. So. Ähm. Ha! Da. Yeah! Jetzt können wir nämlich das andere, den einen Scheiß da oben aktivieren. Weil jetzt haben wir ja den Doppelhaken und können uns Doppelhaken. Wir haben den Doppelhaken und können uns Doppelhaken. Alles klar. Wir haben den Doppelhaken von WhatsApp. Ah, er hat meine Nachricht gelesen! Geil! Yeah! Warum antwortet... Jetzt kann Link alle stalken. Wieso antwortet der wieder nicht? Hallo? Antworte mir! Halt die Presse! Okay. Ach, ja. Da gab's ja auch noch einen Shitstorm drüber. Das wird den blauen Haken aber auch nicht cool, muss ich sagen. Alter, cool find ich ihn jetzt nicht. Aber ich mach jetzt keinen Shitstorm daraus. Er hat halt wahrscheinlich... Er hat schon so viel zerstört, dieser blaue Haken, Alter. Ja, das stimmt. Er hat so aus meiner Nachricht gelesen. Nein. Doch, das ist ein blauer Haken. Nein. Das ist schon ein blauer Haken, Alter. Das ist was für blauer Haken. Bist du ein bisschen dumm. Aha, jetzt sind wir hier. Du bist auch so blau, Alter. Schnell! Super Mario Style! Das ist so geil, Alter. Wenn ihr mir nicht... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht cool ist. Das ist einfach nur Megastyle. Ich liebe einfach diese Funktion. Das hat mich auch voll geflasht, als ich den das erste Mal bekommen habe. Ja. Das ist ein Doppelhaken. Oh, hi Kompass! Yeah! Damit haben wir jetzt Karte und Kompass und können erstmal richtig alles sammeln. Ja. Sammelst du eigentlich auch? Du sammelst alle Kisten wahrscheinlich, ne? Ja, ich sammle alle Kisten. Sehr gut. Deswegen ist die Karte jetzt sehr nützlich. Und der Kompass erst. Ja. Huch! Ähm, ne. Moment. Daim! Daim! Oh. Oh. Ah, natürlich. Musst du da jetzt Wind kommen, ne? Daim! Mhm. Daim! 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 Zack! Ähm... Es ist so gut, ne? Wenn nirgendwo runterfallen sind, dann kann man hier nicht runterfallen. Außer Stücke. Außer ich press' den A-Button! Das wäre nicht so cool, denn es ist noch ein Herz. Dann wärst du an mit. Aber gut. Aber gut. Hab die zent. Linke nicht auf, wenn ich nach oben drücke. Nein, schnell nach links. Ne, nach rechts. Links, rechts, schwelig. Ich bin nicht der Einzige. Ja. Ne, bist du da wirklich nicht? Das ist ziemlich gut. Bei mir ist das voll oft mega peinlich. Ich steck mir nur dann halt. Jo, hab ich. Ähm... Also ich kann ja nichts dafür, dass ich nichts rechtsschwäsche habe. Ne, ich auch nicht. Die ist halt da. Ich muss mir das irgendwie mal merken. Irgend so ne Methode. Äh! Deswegen, was ist... Wo, 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 wo? Wann? Wo muss ich nach rechts abbiegen? Ja, da! Wo ist rechts nochmal? Ähm... Mit der Hand, mit der du schreibst, wenn du Rechtshänder bist? Oh. Oh. Ja, aber dafür brauche ich auch so lange, um das erstmal auszufinden, mit welcher Hand ich dann schreibe. Oh, fuck. Ja, dann gucke ich auch erst so. Hä? Mit der Hand schreibst du denn? Das ist mal cool, dann muss ich immer so die Stiftbewegung nachmachen. Ja, Link, das war gut, dass du den da anvisieren wolltest. Ah! Wow, ich würde sogar mal... Alter, da sieht man sein Ei. Ich würde sogar mal wieder ne Suppe trinken. Ja, stimmt. Ein Elixier einfach. Ähm... Okay, und? Ah, jetzt bin ich wieder blau. Ah, mir steht zwei blaue Elixiere vorbei, lad. Ja. Benni freut sich ja über Tore. Ja. Einfach weil ich mir erst im ersten Mal gestorben bin. Dachte, fragt der jetzt immer nach. Und? Bist du beim nächsten Mal gestorben? Ja. Yes! Nice. Arschloch. Was? Ja. Ähm... Nicht ernst gemeint. Naja, ich weiß. Ähm... Ja. Okay. Ha! Da rüber. Jetzt können wir hier nämlich auch lang. Jep. Miau. Doppelhaken ist das Beste. Nein, don't touch me. Boah! Alter. Ich hab... Ich... Das Ding ist, ich hab immer so ein paar Frames, wo die Pflanze so richtig nah an dir dran ist. Ja, triff dich. Hahaha. Ich höre hier Schleimer. Sorry, ich hör auf. Was? Warte! Hahaha. Ich höre hier Schleimer. Okay, tut mir leid. Ich höre ja schon. Ich packe hier wieder ein. Hä? Was hat das denn damit zu tun? Hä? Ja, du schleimst doch hier rum? Ja, du schleimst doch hier rum? Da! Ich höre nicht wieder Schleimer rum. Oh mein Gott, das sind Würstchen. Ehhh... Hä? Ich höre da ganz ehrlich lieber nicht ohne meinen Greifpack runter. Gute Idee. So, was ist Party? Hör zusammen! Hahaha. Vor dem Fall doch. Wow. Hä? Hä? Ach da. Ja. Und... Plack. Lass mal gucken. Gefieler 15 Minuten. Haben wir noch ein paar Minuten? Alles klar? Genau. Hui! Sehr guuuuut. Woah. Boah, hä? Ich hätte so Todesangst, wenn ich link wäre, ey. Also wenn ich link wäre, würde ich mich das hier überhaupt nicht trauen. Wenn ich link wäre, würde ich sagen, ja bin ich halt auserwählt. Ich bleib zu Hause und spiele Videospiele. Tschüss. Ja, ich würde auch sagen, Sailor kann sich selber retten. Ja. Sieht man ja in Smash. Obwohl, ne, da ist sie. Schlechtste Hörte. Ähm. Aber sie kann für sich selber campen eigentlich. Jep. Woah. Und was haben wir hier? Du hast den Stempel Tante erhalten, den habe ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Das ist doch gut. Das kannst du Tante ins Meiverse posten. Geil. Und zerstellen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja. Besonders wie er sich da einfach dran hält. Einfach so. Hier so. Und was ist das? Zehn Rubine. Schade. Nein. Zehn Bomben. Du warst aber close enough. Wow. Bitch. Ich bin keine Bitch. Ne, Link denkt sich aber einfach so, ich springe jetzt schon ein bisschen schief. Ist ja voll okay, ne? Findest du gut, ne? Ich habe die ganze Zeit richtig Angst, Alter, wenn er sich da so, wie so eine Hänge... ...Lippe, ne? Hängt. Achso, er hat ein Invisible Framed, das scheiß Vieh. Hier, ich bin Mr. Aim Shot. Ich kann doch mal sterben gehen. Bad. Das sieht so scheiße aus, die Pflanze, ne? Sieht so richtig aus wie... Ne, ne, ne. Habe ich dich getreut. Das ist unfair. Das war gemein. So, Bombe. Ho! Ich habe noch keinen Herbteil gefunden. Stimmt. Du hast 100 Bücher gebildet. Komm, explodiere, danke. Wo... Wieso ist hier denn noch die Kampfmusik? Da. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Nöööööö? Haha! Woa! Ähm... Mal gucken Ah, da! Da geht's mir auch Am Stiftchen! Wozu muss ich denn das Monster besiegen? Das frage ich mich gerade auch Oh, war das knapp. Alter, was? Wie, du bist nicht gestorben? Wie, ist das Monster nicht gestorben? Nein! Du, dein Ding auch nicht. Einfach, einfach feine Spam. Zack, zack, zack. So, jetzt heißt es hier langsam entlang gehen. Ich bin balancieren. Ich hasse solche dünnen Wegen. 20 Feiler, geil. Wie wäre denn sogar fast ausgegangen? Kann ich mir auch nicht mit meiner Tunigamie durchschieten. Stimmt, das geht auch. Aber nutze ich gar nicht. Nee. Die denken sich so, ich hänge ab, Bruder, wo bist du? Was, was kriegt man bei jeder Zelda-Armee, wo was anderes ist, oder was? Bei Link und Tunig gibt es Dingensbumster. Dingensbumster. Gibt es Pfeile. Bei Zelda und Sheik gibt es Herzen. Und Gendorf macht halt Stoff. Äh, bitte. Ah, verstehe. Alter. Das schreckt mich nicht so. Das ist gegeben. Wir haben eben noch drüber gesprochen. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, hab ich muss sagen, wir enden mal wieder hier den Part. Das sehen uns dann erst im nächsten Part. Wenn es wieder heißt, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.